Hallo, hier ist Deine Chance. Mein Name ist Stefanie und wir sehen hier die Live-Performance von David Herrbrücken. Ja hallo von Deine Chance. Hallo Steffi. Hallo David, wie geht's dir heute? Mir geht's super, ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle zuschaut. Du musst ein bisschen lauter reden, versteht das? Ich wollte dir heute so viel sagen. Was wolltest du mir denn alles noch sagen heute? Heute wird mir klar, wie wichtig du doch warst. Und ich hätte noch wirklich tausend Fragen. Ich wüsste gerne, wie es dir heute geht. Heute geht, warum hat mir der Mut gefehlt? Ich weiß, irgendwann, irgendwo, sind wir wieder zusammen. Irgendwann, irgendwo, gibt es für uns ein nächstes Mal. In meinem Herz, in meinen Träumen, bist du noch immer? Du bist immer in meinen Träumen. Irgendwohu. Du bist immer in meinen Träumen, Steffi. Komm jede Nacht von dir. Oh. Und von deinen Locken. Ja, danke. Denn die Locken verlocken. Ja, wir haben Tränen geladen. Ja, das haben wir wirklich heute schon, ne? Es ist so warm hier drin. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Eure Stefanie. Achso zus. black pop. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017